Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, schon was du hergefunden hast und heute reden wir über Schalke 04 wieder einmal, denn die Königsbrauen haben einen neuen Spieler verpflichtet. Es ist zwar nur eine Laie, aber es handelt sich hierbei um den talentierten Mittelfeldspieler Rodrigo Salazar von Eintracht Frankfurt. Der 21-Jährige wird wie erwähnt ausgeliehen und wird den Schalkern in dieser Saison weiterhin verstärken und es ist ein sehr interessanter Deal, deswegen reden wir mal gleich darüber in diesem Video. Viel Spaß! Also Schalke 04 hat sich die Dienste des Uruguayers gesichert, nachdem jetzt schon über ein paar Tage hinweg spekuliert wurde und berichtet wurde, dass Salazar vor einem Wechsel zu Schalke steht. Es ist nun offiziell gemacht worden von Schalke 04 auf den offiziellen Vereinswebseiten oder auch Social Media Kanälen und der 21-Jährige unterschreibt oder wechselt auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt zu Schalke 04. Zum Deal selber Salazar wird wie gesagt ausgeliehen, aber Schalke soll eine Kaufoption besitzen, auch Liga unabhängig, das heißt sie könnten auch bei einem Nichtaufstieg ihn fest verpflichten. Natürlich beim Aufstieg wäre das natürlich viel attraktiver für Salazar und dann würde der 21-Jährige bis 2026 an den Verein gebunden werden können. Eintracht soll sich aber eine Rückkaufoption gesichert haben, falls Salazar wirklich einschlägt und die hessenden Spieler wieder haben möchten. Für denjenigen, der Rodrigo Salazar noch nicht kennt, hier eine kleine Biografie über ihn, also er ist in Albacete in Spanien geboren, ist aber von der Nationalität her aus Uruguay, hat aber auch die Spanisch-National, also die spanische Staatsbürgerschaft und spielt aber für Uruguay. Er hat in Spanien das Fußballspielen gelernt, ist dann zu Frankfurt gekommen. Bei Frankfurt ist er erstmal ausgeliehen worden zum 1. FC St. Pauli in die 2. Bundesliga, wo er auch einen sehr guten Eindruck hinterlassen konnte und auch maßgeblich daran beteiligt war, dass St. Pauli in der 2. Saisonhälfte wirklich im oberen Tabellenhälfte mitspielen konnte und sogar fast noch auf dem Aufstieg mitspielen konnte. Hat dort auf jeden Fall Eindruck hinterlassen. Er ist 1,78 groß im Zentralmittelfeld zu Hause und wie gesagt, er kommt vom Eintracht Frankfurt zu Schalke 04 jetzt. Was ist Salazar nun für ein Spielertyp? Also durch das, dass er im Zentralmittelfeld spielt, hat er eine sehr gute Übersicht und ist ein sehr guter Passgeber. Ich würde ihn eher als offensiveren Mittelfeldspieler einschätzen, also mehr der in der Offensive tätige ist, nicht unbedingt jemand, der ein Box-to-Box, also ein Spieler, der jetzt wirklich hin und her rennt. Ich glaube, er ist ein sehr kreativer Spieler und ich glaube, das könnte Schalke sehr gut tun, nachdem er Nabil Bentaleb jetzt auch nicht mehr, also eigentlich da nur Probleme gemacht hat, könnte Salazar jetzt wirklich eine Option sein, die in der Zukunft Schalke extrem interessant wird, vor allem, weil sie sich eine Kaufoption gesichert haben. Er hat bei FC St. Pauli extrem gut bewiesen, dass er ein Auge für den Mitspieler hat, tolle Pässe gemacht und auch wirklich tolle Spiele gehabt. Ich denke, er könnte in Schalke gut reinpassen in die Startelf von Gramozis und denke, er wird eine gute Verpflichtung für die Schalker sein. Jetzt schreibt es mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich würde sie gerne hören, sowohl von den Schalker-Fans als auch von den Eintracht-Fans, denn es ist natürlich ein sehr interessanter Transfer, denn Salazar ist ein sehr vielversprechender Spieler, der in der 2. Bundesliga sicher zu den vielversprechendsten Spielern in letzter Saison gezählt hat. Schreibt es mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Ich würde auch gerne wissen, was ihr glaubt, was mit ihm passieren wird in der Zukunft. Glaubt ihr, er wird einschlagen bei Schalke oder glaubt ihr, er sieht seine Zukunft langfristig bei Frankfurt. Ich halte diesen Deal für sehr sinnvoll. Schalke macht wirklich gute Arbeit diese Saison und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie diese Saison auch wieder aufsteigen werden. Schreibt es auch mal gerne in die Kommentare, bitte sachlich bleiben, gerne das Video bewerten und auch den Kanal abonnieren, wenn ihr länger auf dem Kanal bleiben wollt, würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Ciao. Schalke macht den Kanal. Schalke macht den Kanal. Untertitelung des ZDF, 2020